Diesen Mittwoch bei Landauf, Landab zeigen wir eine weitere Facette der Schweiz. Nicole Bircher ist im Bergdorf Prigels unterwegs. Retoromanische Kultur, Heimatverbundene Sursilvaner. Wir sind alles für mich eigentlich. Landauf, Landab. Am Mittwoch, am 5.08 Uhr auf Sat.1. Schweiz. Landauf, Landab mit Transa. Travel und Outdoor. Swiss Military Hannover. Sport und Lifestyle Uhren. Und SBB Railway.